Musik Wir befinden uns im lieblichen Golden Gate Park in San Francisco, wo die Leute trainieren, laufen, spazieren und ich jetzt auch ein paar Runden joggen werde. Und weil Laufen mit Musik sehr viel einfacher ist, habe ich das Sportsband mitgebracht. Ich kann damit telefonieren, was ich aber beim Joggen nicht tun werde, und ich kann mir Musik anhören. Und los geht's! Hör doch auf mit den Geschichten, vergiss es doch, es bringt doch nichts. Wir können doch sonst ein bisschen zusammen berichten, wir können doch noch ein bisschen unter die Leute. Du machst dich doch selber fertig, du trägst dich doch schon lange im Kreis, und ich kann es jetzt dann gleich nicht mehr hören. Hör doch auf, ich weiss, du hörst es vielleicht mit den Feigern einfach so an den Wänden. Hör doch auf, ich weiss, du hörst es vielleicht mit den Feigern einfach so an den Wänden. Hör doch auf, ich weiss, du trägst dich doch schon lange im Kreis, und ich kann es jetzt dann gleich nicht mehr hören. Hör doch auf, ich weiss, du hörst es vielleicht mit den Feigern einfach so an den Wänden. Hör doch auf, ich weiss, du hörst es vielleicht mit den Feigern einfach so an den Wänden. Da sind wir nicht ganz fünf Kilometer später, immer noch ein Golden Gate Park, aber ein bisschen schlechteren Zustand. Das Headset habe ich umgedreht damit, dass Bluetooth vom Telefon näher an der Empfängerstation ist, wie ich aussehe, ist klar, wie das Headset aussieht, zeigen wir hier ziemlich nass, hier ziemlich nass. Und ich würde mal behaupten, so wie ich schwitze, könnte man das ausringen. Naja, beinahe. Ich bin ziemlich beeindruckt, weil das bereits das fünfte, sechste Mal ist, weil ich mit dem Ding laufe, und es hat keine Probleme mit dieser Nässe. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das noch klingt nach dieser Tortur. Vorlauf funktioniert auch. Aus schalten. Okay. Alles klar. Alles klar. Gut, ich liebe es. Doch. Ich bin ziemlich ge励comb. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Es war kein Geyspieler.